Champions League Auch ohne Cristiano Ronaldo hat der italienische Meister in der Königsklasse überzeugt. Die Gäste aus der Schweiz mussten auch noch einen Platzverweis verkraften. Juventus Turin hat auch sein zweites Champions-League-Spiel in dieser Saison souverän gewonnen. Die Italiener besiegten den Schweizer Meister Young Boys Bern, ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo, dank eines Dreierpacks des Argentiniers Paulo de Bella, 5.33.69. Minute, mit 3.0, 2.0. Berns Mohamed Ali Kemarra sah kurz vor Schluss nach zwei Vergehen innerhalb von drei Minuten Giga pro Decade, 78. Der deutsche Nationalspieler im Recaine wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, auch Sami Khedira kam erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung wieder zum Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri hat ihre ersten neun Pflichtspiele gewonnen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team